Emoji, Emoji, it's the Emoji Challenge, can you beat the Giant Emoji Challenge? Ja klar, aber easy peasy und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. God's the glory, hallo. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin gespannt, was diese Map zu bieten hat. Und dann auf jeden Fall einen richtig netten Smiley, wie man hier sehen kann. Das wird doch geil. Tobi liegt da immer noch. Aus der letzten Folge, falls ihr die nicht gesehen habt. Leute, das waren Sprünge des Jahrhunderts. Des Jahrtausends. Des Milliardenfaches. Es war einfach unglaublich. Ist das Spiel hängen geblieben, oder was? Hallo? Ne, okay. Öl oder die Hengfamilie? Ja, okay. Halt dich fest, Pagen. Was ist das denn? Ja, gemütlich. Richtig gemütlich hier. Was ist das denn für eine Kack-Map, Alter? Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas mit Emojis, weißt du. Da ist einfach oben einer in der Luft und das war es toll. Tschüss, Pagen. Ähm. Wir sind viel zu schnell. Also das kann aber so nicht richtig sein. Oder? Also Leute, ich bitte euch, bitte. Bitte denkt nach, Pagen halt dich fest, ja? Ja, doch nicht. Ich versuche mal hier durchzufahren. Ja. Emoji-Challenge. Wahnsinn. Also ich habe noch nie so eine geile Map gesehen, Freunde. Das war der Hammer. Ich fühle mich richtig cool. Pan liegt irgendwo dahinten im Nirvana, aber das macht ja nichts. Ist überhaupt alles in Ordnung. Ich meine, ab in Urlaub. Irgendwie. Alter, ist das bescheuert, ey. Ist das bekloppt. Aber dieses Spiel ist einfach lustig. Ich finde das Spiel einfach lustig. Kill your boss. Ever wanted to murder somebody? No? Oh. Well now, you can thanks to an edition of the NPCs push your stupid idiot baby killing and eating boss out of an overlay tall building all the while trying to survive the fall yourself. Many a fun times are to be head high. Was? Okay. Okay. Wir müssen unseren Boss killen. Also in meinem Fall wäre es der Wallo oder der Erik. Killen wir einfach beide. Ist ja kein Problem. Easy peasy. Die kennen das schon. Oh, mit Larry. Ich will mit Larry spielen. We kill babies and eat them. Industries. Okay. Wo ist mein Boss? Sind die das jetzt alle? Oder was ist mein Boss? Oder sitzt ihr da am Tisch? Hallo. Ich bin Larry. Und ich hab ja damals hier ge... Äh, ich wurde gekündigt. Und... Hä? Ähm. Was zum Teufel? Larry, ist alles in Ordnung? Larry? Wow. Das war ja richtig scheiße. Ich will mit Young Family. Pan, ich weiß. Aber es muss. Es muss. Den da vorne. Die da vorne müssen wir richtig... Die müssen wir umbringen, Pan. Okay? Mit Hühnchen... Hühnchenpower. Okay? Woo! Tschüss. Schönen Montag euch. Okay. Wir müssen ja auch nach unten. Ja, geil. Yeah. Oh Gott. Oh nein. Ähm. Wo ist Pan? Oh, guck mal. Da ist Pan. Hi, Pan. Okay, irgendwie. Pan, halt dich fest. Wir parken ein. Ja, eingeparkt. Psst, psst, psst. Oh Gott. So ist gut. Das ist mega nice. Ausweichen. Das ist schwerer als gedacht hab. Alles cool. Sag mal, habt ihr euch nicht angeschnallt, ey? Gott, das sieht so ekelhaft aus. Das sieht so falsch aus, Leute. Bitte sagt der Pan nicht, was wir hier mit ihr machen. Das ist... Das wird ihr nicht gut tun. Oh, der ist gut. Alter, ernsthaft? Wir können auch fahren. Wir können auch fahren. Wir fahren einfach die Wand runter. Nice. Ja, Mann. Ich lebe. Nein, wir müssen ins Ziel. Bitte. Bitte. Oh Mann, ich hatte es doch fast geschafft. Ich will doch nur meinen Boss killen, Mann. Oh. Ich hab mich selber gekündigt. Ja, wir müssen halt überleben. Das ist das Problem. Hallo. Ja, ja. Wir haben unseren Boss gekillt und wir leben noch. Und Pan ist auch noch da. Und wie kommen wir da rein? Jetzt sag mal nicht, wir müssen da reinfliegen, Alter. Sag mal, willst du mich verarschen? Spiel? Ernsthaft? Man muss da reinfliegen? Nee. Okay. Ich dachte schon. Also, das wäre richtig übertrieben. Also, Pan hat überlebt und wir haben unseren Boss gekillt. Was Besseres gibt es doch nicht, oder? So, wir probieren es aber noch einmal mit Tobi. Okay. Tobi! Alles cool. Komm, Tobi. Tobi, flieg da rein. Flieg einfach da rein jetzt. Spreiz die Beine und flieg da rein. Oh Gott. Tobi wurde gerade von einem riesigen Baumstamm geschwängert. Aber er hat sein Hütchen noch auf dem Kopf und das zählt, Freunde. Und das ist das Einzige, was zählt. Mein Boss! Hallo. Oh Gott. Hey, Tobi. Da kommt ein Baumstamm. Tobi, da kommt ein... Entschuldigung. Ich wollte dich vorwarnen, aber irgendwie hast du es nicht angenommen. Probieren wir es doch mal mit dem Fahrrad. Mit dem Bonnerwagen. Komm. Kevin, komm, ab geht's. Wir killen unseren Boss. Wuhu! Wir sind zwar erst zehn Jahre alt, aber wir killen unseren Boss, Mann. Haben wir ins Ziel. Okay. 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 Ab in... Ab ins Ziel. Okay. Doch nicht. Einmal noch. Einmal läuft, Leute. Nice! Ernsthaft? Tobi, alles in Ordnung? Guck mal, wie er sich freut. Ist das nicht schön? Guck mal, mein Arm kommt da auch noch angerollt. Alles zusammen. Okay. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir... Wir bauen... Wir nehmen eine andere Strecke, ne? Also... Irgendwann ist es auch mal gut. Wir haben jetzt genug unseren Boss gekillt. Larry hat seinen Boss gekillt. Pan hat ihren Boss gekillt. Und ich habe meinen Boss gekillt. Und, äh... Das ist doch alles, was wir brauchen. Ah, nein. Ich habe schon wieder falsch gedrückt. Ich bin so... Ich bin so hohl, ne? Ganz ehrlich. Ich bin so richtig hohl. Ich weiß, das wusstet ihr schon, aber... Ich noch nicht. Zumindest noch nicht offiziell. Also. Wir machen weiter. Und gucken, was wir diesmal haben. Smiley-Dings war ja nicht so... Geil. Kill-Your-Boss war okay. Mega-Ramp. A ramp to victory. Go fast, but not too fast. Because you might air... Overshot. But if you go slow, you might just end up being stabbed by spikes. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Das kenne ich ja schon. Deswegen habe ich ja schon Erfahrung damit, ne? Also, alles cool. Wir gehen natürlich wieder mit der Young-Family, Mann. Immer mit der Young-Family. Pan. Mega-Ramp, Mann. Auf geht's! Halt dich fest! Okay. Okay. Okay, Pan. Wir müssen's packen. Wow! Also, das finde ich jetzt unfair. Überwie ein schönes Poster da oben. Vielleicht sollten wir ohne Tode versuchen. Ne, das... Also, so nicht. Nicht abschießen! Kannst du deine Familie nicht alleine lassen? Sag mal, bist du bescheuert? Das ist deine Familie. Mit der musst du zusammen in den Tod fliegen. Diese Rampe kann man nicht schaffen. Weil das immer wieder wegbackt. Ich probiere es mal mit, äh, mit, äh, mit einem Quart. Ja, so ist gut. Seht ihr das? Immer! In Ziel! Unfassbar. Das ist unmachbar. Vielleicht könnten wir... Wir könnten ja eigentlich auch mit Larry... Ne, dürfen wir nicht. Okay, schade. Vielleicht mit dem Fahrrad. Aber mit dem Fahrrad wird das nie was. Ich sag's euch, Leute. Das wird nie was mit dem Fahrrad. Hui! Oh Gott, wir werden so sterben, ne? Ich sag's euch, Leute. Wir werden so draufgehen jetzt. Ähm. Okay. War wohl doch nicht so geil. Äh, warte mal. Vielleicht können wir mit dem Auto über die Rampe springen. Das war, glaube ich, nicht so schlecht, oder? Komm, Pan, glaub dran. Du musst auch dran glauben. Ähm. Äh, warte mal. Äh. Äh. Okay. Das mit... Äh. Nicht mal so schlecht, Leute. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Wir müssen uns einfach vorstellen, dass da hinten, am Ende des Ziels, was richtig geil ist, auf uns wartet. Äh. Äh. Ja, Mann. Ja, Mann. Ey, das war doch voll die sanfte Landung. Was habt ihr denn? Das Hütchen ließ noch. Äh. Äh. Bitte halten Sie sich fest und klappen Sie Ihre Sitzlinien in einer, äh, äh, wahlgerechten Position. Wir setzen zur Landung an. Glaube ich. Nein, wir sind zu langsam. Ich lebe! Nicht. Okay. Okay. So langsam kommen wir näher, Freunde. Wir müssen uns ein bisschen rantasten an das Glück. Okay. 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 Aber kein Gas mehr geben und jetzt wieder Gas geben. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist gut. Aber wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell, Mann. Abschießen! Landen! Perfekt eingeparkt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Okay. Wir waren zu schnell, Leute. Die Mega-Rampe. Die werden wir besiegen. Ich sag's euch. Wir werden wir besiegen. Wir haben bis jetzt alles besiegt. Fast. Okay, go. Warum ist unser Auto gehüpft? Ach, scheiße. Ich hasse sowas, Mann. Warum könnte ich einfach mal vernünftige Rampen bauen hier? Unfassbar. Was ist denn das für ein Park hier? Was für eine Scheiße, du. So. Turbo. Bremsen und go. Wir sind wieder zu schnell. Wir sind wieder zu schnell. Oder? Ab ins Ziel. 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 Ja! Ja! Geil! Geil, Pan! Pan, du bist der Wahnsinn. Hammergeile Pan, ey. Mega nice. Ich will's nochmal machen. Mit einem anderen Gefährt. Ich glaube nämlich, dass wir vielleicht mit dem Bollerwagen richtig coole Chancen haben. Ne, Kevin? Ja klar, der hüpft jetzt schon von Freude. Ab geht's, Leute. Geil. Halt dich fest. Schrei nicht so männlich. Ähm. Oh, wir sind wieder im Game. Ne, doch nicht. Tschüss. Auf so rum zu meckern, Mann! Guter Sprung, Tobi. Mega guter Sprung. Gute Landung. Okay. 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 Wir nehmen eine andere Strecke. Das ist, äh. Man sollte sich auch nicht zu lange mit irgendwelchen Strecken, äh, ja, befassen. Ne? Also das tut auch nicht gut, irgendwann. Das ist einfach nicht gut für den Körper. Deswegen müssen wir irgendwas anderes machen, was uns richtig Spaß macht, wo wir Leute töten können. Da käme ein Desert Trap für Kreiskurz, aber hart. Das haben wir alles schon gespielt. Easy Peasy. Basic Example Track. A little warmer course. Which vehicle can you clear in fastest world? Ja, ich bin mal gespannt, ob es wirklich so easy peasy ist, ne? Wir nehmen natürlich die Young Family, Freunde. Die Young Family hat wieder Bock. Die möchte in den Urlaub. Die hat richtig Spaß. Hier kommen Minen. Ja, easy peasy. Okay, da müssen wir einfach nur langsam um die Ecke fahren, ne? Easy peasy. Easy peasy. Oh. Oh, jetzt wird's aber, also... Easy peasy. Checkpoint. Danke. Okay. Wow. Hammer. Das ist genau der richtige Schwierigkeitsgrad für mich. Ohne Scheiß. Das ist genau der richtige Schwierigkeitsgrad für mich. Da bin ich einfach am besten. Oh Gott, ich hab jetzt schon Angst vor dieser Strecke hier unten, ne? Ich zeig sie euch. Ich hab jetzt schon Angst vor dieser Strecke. Dieser... Also... Da. 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 Das wird lustig, Freunde. Das wird echt lustig. Okay, was haben wir noch Schönes? Desert Trap. Das haben wir ja gerade schon mal gesehen. Wir haben hier unten noch ein paar Strecken. Construction Site of Death, liebe Freunde. Ich würde aber sagen, wir machen das. Doch, wir machen das. Doch, alles gut. Alles gut. Nix. Ich hab... Ich hab nichts gesagt. Wir gehen heute mal wieder mit Dallas on Tour. Oh. Oh, das wird eine richtig schöne Strecke. Das seh ich jetzt schon. Also, da werden wir richtig Spaß haben. Heilige Scheiße. Was ist das für ein Bullshit schon wieder hier? Guck mal hier. Guck mal, wie ich hier runterfahre. Ja. Tschüss, Kevin. Ähm... Wer... Wer denkt sich so einen Müll aus? Also, was ist hier los, Leute? Können die diese Baustellen nicht mal fertig stellen? Bevor man die zum Fahren freigibt? Was machen wir hier gerade? Guck mal an, wie das die ganze Zeit rum ballert. Da ballern die ganze Zeit irgendwelche Sachen rum. Checkpoint. Hey, wir haben ein Checkpoint geschafft. Juhu. Alter, was? Was soll das bitte... Was soll das bitte für ein Gebäude werden, wenn es fertig ist? Ein Salomado Club oder was? Irgendwie irgendwas Hexspielchen-mäßiges oder wie? Also, da hab ich da keinen Bock mehr drauf, hier. Fifty Shades of Pain oder was, Alter? Junge, das ist doch ein Witz hier. Aber wir schaffen das. Wir haben Geduld, Freunde. Wir haben Geduld. Wir können das hier. Es sind nur tausende von... Ja, kein Problem. Ja, du blauer Ball! Wir haben's gepackt. Aber das war kein Checkpoint. Geil. Was ist das hier? Hä? Das ist volle Kontrolle, Leute. Also, bitte. Mensch. Die paar Pfeile. Guck mal. Die tun doch gar nicht weh. Das ist wie Akupunktur. Das ist Massage für deine Muskeln, mein Freund. Siehst du das nicht? Guck mal, wie entspannt das ist. Wahnsinn. Der ist so entspannt. Der ist einfach eingeschlafen. Oh Mann, ey. Okay, Checkpoint. Alles cool. Oh Gott. Wegen. Hä? Wie haben wir das denn gemacht? Was zum Teufel? Komm schon. Geh auf diesen Checkpoint drauf. Alles in Ordnung. Nein. Ah! 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 Das ist wie so eine Piñata, Alter. Also, ganz ehrlich. Wenn das Haus mal fertig ist, dann möchte ich das gerne mal sehen. Das sieht bestimmt richtig schön aus. Richtig. Ich muss raus, schnell los. Also, Kevin geht schon mal schlafen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ab. ALTER! Ich will doch nur ins Ziel. Ich will nochmal ganz langsam. Seeioih! Der freut sich mit mir! Leute! Ab in den Himmel! Ah ha ha ha! Einfach ein Träumchen! Ich würde sagen, Leute. in der nächsten Folge machen wir folgendes. Da machen wir nämlich, dann sind wir auf den Spuren von Super Mario, meine Damen und Herren. Wo ist er? Wo ist es? Wo ist es jetzt? Ich will es sehen. Da, Super Mario. It's a me! Das machen wir, Freunde. Also, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei einem weiteren Part von Gats in Glory. Und diesmal als Super Mario unterwegs sind. Ich hab jetzt schon Angst, weil das sieht nicht, also das sieht cool aus, aber ja. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.